Vorne sehen, auch da, Endeffektaler, Freunde, Trainer, Polizei, Ordnungsamt, alle, die das Land gezogen haben. Und natürlich auch die Familie Ulrich. Wenn jemand gesagt hat, im Moment ist doch viel los in Endeffektal, ihr macht alles durcheinander. Nein, es ist nicht der Veranstaltende, Endeffektaler, Freunde, Trainer, sondern ganz viele Personen. Und das tun sie mal, das würde ich Ihnen empfehlen. Gucken Sie mal an Alauser Hammer, die haben es ab der offenen Tür. Der Grenzer Hammer, der hat heute auch zack, der offenen Tür. Dann fahren Sie hoch nach Ölgeberg, St. Kirchkaffee, da trinken Sie den Kaffee in Oben. Und wenn Sie wieder hier sind, dann gucken Sie noch in das Höhsebeckertal beim Schmeiland. Und dann am Schluss noch das Runde Minigolf hier vorne bei der Familie Ulrich. Also, viel Spaß, viel Vergnügen, das Wetter wird besser, sagt der Kollege aus Schwerm. Wo ist er? Ja, der hat in Schwerm geguckt. Aus Schwerm kommt gutes Wetter, ihr nach Endeffektal. Wenn der Nebel nicht bewegt, dann haben wir ungefähr 19,5 Grad. Und ich habe meine Jacke auf die. Viel Spaß, dann gehe ich weg. Super. Jetzt doch mal ein paar Adler zusammenstellen, also wenn sie losfahren. Nach vorne sind sie. Okay. Ja. Ciao. Ja. Nee. Nee. Ja. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Weiß ich nicht... 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 Weiß ich nicht...